«Fine Wine» ist der Name der neuen Rubrik, die von Shirley Amberg präsentiert wird. In dieser Rubrik geht es in erster Linie um Edli Rebensäfte oder um alles, was mit Wein zu tun hat. Für sie hat sich Shirley unter die Absolventen einer bekannten Weinakademie gemischt. Schloss auf der Halbinselau war der Schauplatz der Graduierungsfeier. Musik Der Weg zum diplomierten Weinakademiker ist kein Spaziergang. Musik Ich mische mich unter die geladenen Gäste und die insgesamt zehn Absolventen. Musik Musik Ein interessanter Jahrgang, der siebte Absolventenjahrgang. Musik 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 Ich glaube, das haben wir eigentlich überdurchschnittlich viele private Liebhaber oder wie Freaks. Wir haben aber generell im Club, mittlerweile sind es über 80 Mitglieder. Jetzt mit dem neuen Jahrgang haben wir doch einen grossen Teil von Weinakademikern, die aktiv in der Weinbranche arbeiten. Also in grossen Weinhandelshäusern und Unternehmen, aber auch in der Gastronomie. Mit dem neuen Jahrgang sind es genau 85 Mitglieder. 100 angehende Weinakademiker sind gerade in der Ausbildung. Musik Der pensionierte Volkswirtschaftslehrer Riccardo Doniella gehört zu den erfolgreichen Absolventen des Jahres. Mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich jetzt frei gelöst. Jetzt kann ich ganz anders an diese Sachen gehen, nicht mehr so verbissen. Ich muss nicht mehr die Bücher so anschauen. Ich schaue sie trotzdem an. Die Wein kann ich jetzt auch gelöster anschauen. Ich muss nicht mehr Punkte machen. Ich musste bis dahin machen. Aber man musste ja Prüfungen bestehen. Das waren dann viele Prüfungen. Und ja, ich fühle mich gut. Das war dann die Leiterkeit. Applaus Angela Kraiss-Muzzolini gehört ebenfalls zu den glücklichen Absolventen und darf sich Weinakademikerin nennen. Die Anwältin schreibt schon für ein Weinmagazin und kann so vom erlernten Fachwissen profitieren. Was erhoffen Sie sich von diesem Diplom? Also ich habe schon jetzt eigentlich gemerkt, dass es einen grossen Ruck vorwärts geht, was Weinkommunikation anbelangt. Und ich werde weiterhin schreiben, über Wein. Mit grossem Enthusiasmus, denn es steckt eine ganz tolle Kultur dahinter. Und ich werde ganz sicher auch in Richtung Online-Marketing, Online-Kommunikation mehr weiterentwickeln. Auch der Präsident Josef Schuler vom Institut Master of Wine gönnt sich heute Abend ein Glas. Und das aus gutem Grund. Der Österreicher ist selber Master of Wine und verantwortlich für die Ausbildung der Weinakademiker. Aber was bringt denn so einen Titel ganz konkret? Auch vielleicht finanziell? Ich glaube, es kommt durchaus darauf an, was man damit macht oder machen möchte. Ich glaube, dass es nicht unbedingt so ist, dass man das macht, um einen Titel zu haben. Um mit dem Titel dann irgendwie einen Job zu bekommen. Leute, die in der Branche sind, sehen sich vor der Herausforderung einer immer schneller wandelnden Weinwelt. Das heisst, man muss sich da, auch wenn man schon 20 Jahre in der Branche ist, wieder einmal auf den letzten Stand der Dinge bringen. Und diese Ausbildung, so wie sie eben angelegt ist, ist sie eben eine Ausbildung, die die Weine rund um den Erdball beinhaltet. Unter den Gästen entdecke ich auch den Präsidenten von Swisswine, den Schill Bess. Sein Herz schlägt in erster Linie für den einheimischen Rebensaft. Von den Gastronomen noch mehr sollte wertgeschätzt werden. Was halten Sie vom Titel Weinakademiker? Ja, das ist sehr wichtig für uns, für die Promotion von Schweizer Wein in dieser Weinakademie aktiv zu sein. Weil es sind die zukünftige Leader-Opinion der Wein. Und wenn sie nicht über Schweizer Wein können, das ist schade. Deshalb sind wir Partner, wir geben Preise und wir sind Partner mit der Weinakademie, und dass alle Leute über die Schweizer Weine diese Diversität und diese unglaublichen Weine, die wir haben. Im Moment geniessen die Absolventen ihr frisch erworbenes Weinakademiker Diplom. Der nächste Schritt wäre die Ausbildung zum Master of Wine. Cheers! φ-Ger��니다 Untertitelung des ZDF, 2020